Christine Kirschbaum, ABC Finance GmbH, Köln. Ausbilderin von Kaufleuten für Büromanagement. Features, Organisationstalent, spezialisiert auf Schulungen, Soziales. Wenn ich irgendwas habe, ich weiß, ich könnte zu ihr gehen und dass sie auch sich um uns sorgt, wenn irgendwas ist oder wenn in der Abteilung etwas nicht gut läuft. Wir können über alles reden, ob beruflich, ob privat. Sie ist ehrlich und immer mit dem Herzen dabei. Wie eine große Freundin, also eine ältere Freundin, Schwester, Mutter würde ich jetzt nicht sagen. Sie ist einfach ein Organisationstalent. Sie schafft es, 23 Azubis unter einen Hut zu bekommen. Sie ist sehr geduldig mit uns. Sie muss sehr viel organisieren und das macht sie sehr, sehr gut. Ich tut ab, dass sie das überhaupt auf die Reihe bekommt. Ich glaube, ich würde das nicht hinbekommen. Sie kennt sich immer noch mit jedem Thema aus. Ich finde, sie hat auf jeden Fall die Eigenschaft, dass sie für ihre Küken da ist und uns beschützt. Die Wolfsmutter, einfach weil sie sehr fürsorglich ist für jeden Azubi. Wir sind ihre Azubis und da merkt man auch, egal worum es geht, die ist für uns da. Sie ist stark, wie ein Löwe halt, hilfsbereit. Sie beschützt uns. Und halt das Chamäleon, weil sie sich super anpassen kann. Also wirklich an jeden Azubi kann sie sich individuell anpassen. Also ich habe sie noch nie unfreundlich oder kurz angebunden oder sowas erlebt. Das ist auch eine super Eigenschaft, dass sie uns super beraten kann und immer fair bleibt. Christine ist für mich Ausbilderin des Jahres. Zum einen, da sie wirklich für jeden aus uns 23 Azubis Zeit nimmt. Das ist so. Sie ist einfach unheimlich cool. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn sie Ausbilderin des Jahres 2018 wird. Das ist eine Rhodium. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.